Stell dir vor, du bist gerade shoppen und schaust nach neuer Kleidung und genau heute gibt's 15% Rabatt auf die neueste Kollektion von deinem Lieblingsdesigner. Ist doch super! Die neue Hose kostet jetzt nur noch 40 Euro statt den ursprünglichen 45. Doch sind die 5 Euro weniger, denn wirklich bereits 15% Rabatt? Und wie viel Prozent teurer ist eigentlich das 60 Euro Hemd statt der 45 Euro Hose? Was genau heißt eigentlich Prozent? Solche und weitere Fragen rund ums Thema Prozentrechnen klären wir in diesem Video. Viel Spaß! Zuerst einmal nehmen wir uns den Begriff Prozent vor. Dieser besteht aus zwei zusammengesetzten Wörtern. Einmal pro, was so viel heißt wie etwas pro was anderem, was sich in der Mathematik als Bruch schreiben lässt. Dabei ist der Bruch so aufgebaut, dass oben etwas steht pro etwas anderem. Und dann noch Cent, was so viel wie 100 bedeutet. Für uns heißt das also, wir haben etwas pro 100. Wenn wir also von 50% reden, reden wir von 50 durch 100, beziehungsweise gekürzt ein Halb. Aber dass 50% dasselbe wie ein Halb ist, ist für viele sicherlich nichts Neues. Aber was auffällt ist, dass nicht nur 50, sondern jede Prozentzahl auch als Dezimalschreibweise geschrieben werden kann. Ein paar Beispiele. 62% sind 62 Hundertstel, beziehungsweise 0,62. 13% sind 13 Hundertstel, beziehungsweise 0,13. Und 129% sind 129 Hundertstel, beziehungsweise 1,29. Bei den Beispielen fällt vielleicht auf, dass auch bei der Dezimalzahl der Prozentsatz abzulesen ist, indem man das Komma im Kopf einfach zwei Stellen nach rechts verschiebt, beziehungsweise sich diese Zahlen als Prozentsatz vorstellt. Um besser zu verstehen, wieso das so funktioniert, können wir uns das Beispiel von 100% genauer ansehen. 100% von etwas heißt ja nichts anderes als einmal das Ganze. Wenn ich von einem Preis 100% zahle, heißt das, ich zahle einmal den Vollpreis. Und das kann man eben auch als einmal den Vollpreis ausdrücken. Denn man zahlt den Vollpreis ja einmal. Da 1 ja schließlich nichts anderes als 1,00 ist, erkennt man hier gut, dass man an der Dezimalzahl auch die Prozentzahl 100 ablesen kann. Dieses Prinzip wird jetzt, aber auch generell in der Prozentrechnung eine sehr wichtige Rolle spielen. Also schaut euch diesen Teil ruhig nochmal an, wenn es noch Erklärungsbedarf gibt. Da jetzt die Grundlagen gelegt sind, gehen wir einen Schritt weiter und klären die allgemeine Frage, wie viel ist x Prozent von etwas? Nehmen wir das Beispiel vom Anfang, bei welchem wir kontrollieren wollten, ob 15% Rabatt von 45 zu einem Neupreis von 40 Euro führen. Dafür müssen wir uns zuerst überlegen, wenn 45 Euro um 15% billiger werden, wie viel Prozent vom Preis zahlt man denn dann? Naja, da man 15% Rabatt bekommt, also 15% weniger von den 100% zahlen muss, rechnet man 100% minus 15%, was uns zu einem Ergebnis von 85% bringt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie viel denn 85% von 45 Euro sind. Also faktisch, wie viel müssen wir noch zahlen? Dafür rechnen wir die Dezimalschreibweise des Prozentsatzes, den wir zahlen, also 0,85, mal unseren Ursprungsbetrag von 45 Euro und kommen auf ein Ergebnis von 38,25 Euro. Nochmal zur Erklärung. Wir haben einmal unseren Ursprungsbetrag und wollen wissen, wie viel sind 85% von diesem Ursprungsbetrag. Also wie viel ist das, was wir noch zahlen müssen? Dafür rechnen wir eben 0,85, mal 45 Euro und kommen so zu unserem Ergebnis. Im Umkehrschluss also lügt das Geschäft mit der Aussage, dass sie 15% Rabatt geben, denn sonst müsste die Hose eigentlich 38,25 Euro kosten. Sie kostet aber immer noch 40 Euro. Also 15% Rabatt von 45 Euro wären zwar 38,25 Euro, denn unsere Rechnungen sind schon korrekt, allerdings gibt das Geschäft keinen vollen 15% Rabatt, sondern etwas weniger, wodurch die Hose immer noch 40 Euro kostet. Um dies zu festigen, rechnen wir noch ein paar weitere Beispiele durch. Zum Beispiel wollen wir wissen, wie viel kostet eine 55 Euro Aktie, nachdem sie um 13% gestiegen ist. Dafür müssen wir erstmal die Überlegung tätigen, wenn etwas um x% gestiegen ist. Dort rechnen wir eben nicht einfach 0,13 mal den Ursprungsbetrag, da wir dann nur 13% vom Ursprungsbetrag hätten. Allerdings wollen wir ja wissen, was unser Betrag ist, nachdem wir die 13% dazugewonnen haben. Also den Ursprungsbetrag plus die 13%, die dazugekommen sind. Dafür rechnen wir also nicht 13% mal den Ursprungsbetrag der Aktie, sondern 113% mal den Ursprungsbetrag, da dort die 13% Gewinn als auch der Ursprungsbetrag von 100% enthalten ist. In unserem konkreten Beispiel also 1,13 mal den Ursprungsbetrag von 55 Euro, was 62,15 Euro ergibt. Allgemein heißt das, wenn etwas, was 55 Euro wert ist, um 13% steigt, liegt der neue Preis anschließend bei 62,15 Euro. Fällt dieselbe Aktie aber am nächsten Tag um 8% und wir wollen wissen, wie viel sie jetzt wert ist, müssen wir erstmal wieder verstehen, wenn die Aktie 8% weniger wert wurde, heißt das, sie ist noch 92% vom Ursprungsbetrag wert, da 100% minus 8% gleich 92% ergeben. Nun rechnen wir wie üblich die Dezimalschreibweise 0,92 mal den Ursprungsbetrag, der nun durch die erstgewonnenen 13% 62,15 Euro ist und kommen auf ein Ergebnis von 57,18 Euro. Die Aktie ist jetzt also durch die minus 8% nur noch 92% vom Ursprungsbetrag 62,15 Euro wert und das entspricht 57,18 Euro. Nun, wenn ihr zukünftig mit dem Problem konfrontiert seid, wie viel denn x% von etwas, also zum Beispiel wie viele Punkte sind 70% von 90 Punkten, in einer Klassenarbeit, die man noch brauchte, um eine 2- zu bekommen, dann solltet ihr nun wissen, wie man so etwas ausrechnet. Für diese Frage könnt ihr gerne die Lösung als Selbsttest einmal ausrechnen und uns in die Kommentare schreiben. Den Großteil der Prozentrechnung könnt ihr jetzt bereits. Dennoch müssen wir die Frage klären, was rechnen wir, wenn wir wissen wollen, wie viel Prozent reduziert die Hose, die jetzt nur noch 40% kostet, ist, statt den ursprünglichen 45 Euro. Also, wir wollen wissen, wie viel Prozent von 45 Euro führen zu einem Neupreis von 40 Euro. Oder allgemein formuliert, wie viel Prozent von etwas führen zu jenen gegebenen Neubetrag. Tatsächlich ist auch das simpler, als man denken mag. Wir haben schließlich zwei Werte gegeben. Einmal den ursprünglichen Betrag, 45 Euro, und den Neubetrag, 40 Euro. Teilen wir den Neubetrag durch den ursprünglichen Betrag, kommen wir tatsächlich bereits auf unsere Lösung. In unserem Fall wären das also 40 Euro Neubetrag durch 45 Euro ursprünglichen Betrag, was gerundet 0,89 ergibt. Also sind 89% von 45 Euro in etwa 40 Euro. Das kann man auch folgendermaßen auf Probe stellen. Beziehen wir uns nochmal zurück auf unser Beispiel mit dem Rabatt auf die 45-Euro-Hose, heißt das, der Wert, den das Geschäft vermittelt, ist, wie bereits gesagt, nicht 15%. Jetzt wissen wir aber zusätzlich, wie viel Rabatt es wirklich auf die Hose gibt, nämlich 11%, da 100% minus 89% gleich 11% sind. Festigen wir auch diesen Teil der Prozentrechnung. Am Anfang des Videos hatten wir die Frage gestellt, wie viel Prozent teurer das 60 Euro Hemd statt der 45 Euro Hose sei. Auch wenn die Erklärung hier ein wenig anders ist als davor, die Rechnung ist dieselbe. In diesem Fall haben wir schließlich keinen Neubetrag oder Ursprungsbetrag. Das heißt, es kann ein wenig verwirrend sein, ob wir jetzt 60 durch 45 Euro oder 45 Euro durch 60 Euro rechnen. Wenn wir aber verstehen, dass der Prozentwert, den wir suchen, sich auf den unteren Wert im Bruch bezieht, dann ist das gar nicht so schwer. Schließlich wollen wir ja wissen, wie viel Prozent teurer das Hemd ist. Also wollen wir einen Prozentwert in Abhängigkeit von der Hose zum Hemd wissen. Weil die Abhängigkeit bei der Hose liegt, schreiben wir ihren Preis unten in den Bruch, beziehungsweise teilen durch den Wert. Wir rechnen also 60 Euro durch 45 Euro und kommen auf ein Ergebnis von 1,33. Das heißt, 133 Prozent des Preises der Hose ist der Preis des Hemdes. Also ist das Hemd 33 Prozent teurer als die Hose, da die ersten 100 Prozent der 133 Prozent dafür stehen, dass das Hemd gleich teuer wäre. Allerdings wollen wir ja den Wert wissen, wie viel Prozent das Hemd teurer ist, also der Wert, der über die 100 Prozent hinausgeht. Ein letztes Beispiel machen wir noch. Angenommen, ein Sportler schafft einen 200-Meter-Sprint in 26,3 Sekunden und nach einem vierwöchigen Training in 24,8 Sekunden. Um wie viel Prozent wurde seine Leistung besser? Um das herauszufinden, müssen wir erstmal wieder überlegen, was wir in den Bruch oben und unten reinschreiben. Da sich die Verbesserung auf die erste Zeit bezieht, also 26,3 Sekunden, schreiben wir 26,3 in den Nenner des Bruches und 24,8 in den Zähler. Rechnen wir dies aus, erhalten wir circa 0,943. Das heißt, 94,3 Prozent von 26,3 Sekunden bringt uns auf einen Wert von 24,8 Sekunden. Rechnen wir lediglich noch 100 Prozent minus 94,3 Prozent, erhalten wir den Wert, um den wir besser wurden, da wir diese Zeit weniger brauchten. Die Antwort auf die ursprüngliche Frage ist also, dass der Sportler eine Leistungssteigerung um 5,7 Prozent erfuhr. Puh, das war jetzt ganz viel Information auf einmal, deswegen noch einmal alles zusammengefasst. Erstens, Prozent heißt so viel wie pro 100, deswegen kann man jeden Prozentwert als Dezimalschreibweise angeben. Zweitens möchte man die allgemeine Frage klären, wie viel ist x Prozent von einem gegebenen Wert, dann rechnet man den Prozentwert in Dezimalschreibweise mal den gegebenen Wert und erhält die Lösung. Und zu guter Letzt, wenn man zwei gegebene Werte hat und den prozentualen Unterschied zwischen diesen wissen möchte, dann teilt man den einen Wert durch den Wert, auf den sich die Prozentzahl beziehen soll. Nun solltet ihr euch bestens auskennen im Thema Prozentrechnung. Wenn ihr denkt, eure Freunde oder Bekannte von euch müssten Prozentrechnung auch mal lernen, dann teilt gerne dieses Video mit ihnen. Braucht ihr noch Hilfe in anderen Schulfächern, dann schaut euch gerne unseren restlichen Kanal an. Ansonsten hoffen wir noch, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.